VIDEON DEF 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 Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album Review mal wieder. Heute geht es um einen Interpreten, eine Band mit der ich mich schon länger mal auseinandergesetzt haben wollte. Ich kenne die Band schon eine ganze Weile durch meinen Bruder und zwar geht es um das neue Album von Denko Jones, Electric Sounds. Darüber erzähle ich euch heute. Ich habe von Denko Jones erst seit kurzem, zwei, drei, weiß gar nicht aus dem Kopf, Alben in der Sammlung. Die habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen von meiner Süßen. Ich kenne die Band durch meinen Bruder, wie gesagt, der hat mal vor über zehn Jahren auf irgendeiner Party, haben wir uns gegenseitig Mucke vorgespielt. Wir saßen bei mir an meinem Rechner und haben auf YouTube dann so ein bisschen beim Bier trinken irgendwelche Rock und Metal Videos geguckt und gezeigt. Hier, kennst du die? Hier, kennst du die? Ihr kennt das vielleicht, ja. Und so lief das dann halt und ja, da hat er mir halt eben Denko Jones hier gezeigt, die er wohl auch schon live gesehen hat und die wohl auch einen ziemlichen Abriss gemacht haben auf der Bühne. Ich weiß nicht mehr, es war auf dem Festival. Ich weiß nicht mehr, wie das Festival hieß, wo er da war. Keine Ahnung mehr. Zu lange her. Hurricane. War das das Hurricane? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es ist ewig lange her, wie gesagt. Aber egal, ich habe es nicht gesehen. Mein Bruder hat es gesehen. So, und ja, ich fand die Musik damals schon ziemlich geil, weil es ist einfach griffiger Gitarrenrock, Hardrock, kann man sagen. Mit leichten Einflüssen aus dem Klassikrock und so ein bisschen, ne? Und ja, relativ eingängig und simpel strukturiert, aber macht Spaß. Kann man sich gut anhören. So, und alle Nas lang liefen auch einige Songs jetzt auch bei Radio Bob, was wir ja am Autolaufen haben meistens. Wenn nicht gerade eine CD rotiert, ein neues Album von der Band, die wir sehr mögen. Ähm, ja. Und auch da ist mir dann das eine oder andere Song aufgefallen und dann hat meine Süße gedacht, ja, wenn der das gut findet, mein Liebster, ne, dann kaufe ich ihm einfach mal ein paar CDs. Und dadurch, ich habe auch das aktuelle Album hier vor der neuen hier, ne? Die habe ich auch geschenkt bekommen da, ne? Zu diesem einen Weihnachten oder Geburtstag oder was sonst war, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mir sowas immer nicht merken, aber egal, ja. Habe ich gedacht, ja, wenn du jetzt das aktuelle Album hast, dann bleibst du auch am Ball, ne? Und deswegen habe ich mir jetzt auch das neue Album geholt. Es gibt eine Vorab-Single, die ihr auch schon gehört, natürlich im Radio, bevor ich das Ding hier bestellt habe. Fand ich auch nice, ja. Kann der Rest des Albums mithalten oder das sogar übertrumpfen, da kommen wir noch zu. Erstmal kommen wir zur Band Per See. Also die Band gibt es schon seit 1996, kommen aus Toronto, Kanada. Und lasst mich kurz durchzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das müsste jetzt ihr elftes Album sein. Hier sehe ich dann ja auch mal die Album, die ich habe. Ich habe die Fire Music, ich habe die Rock Supreme und ich habe die Power Trio. Die Wildcat fehlt mir, sehe ich gerade. Die steckt noch zwischen der Fire Music und der Rock Supreme. Das ist mir noch nie begegnet, das Cover. Da gucke ich eine Katze drauf. Ja, und alles davor habe ich halt auch nicht, ja. Übrigens, von den älteren Songs, die mein Bruder mir vorgespielt hat, war sogar ein Song dabei, der mir bis heute im Ohr, nach einmaligem Hören, bis heute im Ohr geblieben ist. Ich habe mir den nie wieder angehört, weil ihr kennt mich vielleicht ein bisschen, wenn ihr meinen Kanal verfolgt. Ich höre mir nur Musik an, gerne und öfter, die ich auch in meiner Sammlung habe. Ich kann sonst keine richtige Bindung dazu aufbauen. Das ist ganz komisch bei mir, ja. Aber der Song, der memorabel genug war, um bis heute hängen zu bleiben, ist der Titeltrack des Albums Never Too Loud. Ist einfach, das weiß ich nicht, so simpel, aber doch so geil und bleibt so, die Hook vom Refrain blieb bis heute im Ohr. Ja, so. Gut, aber darum geht es jetzt nicht, es geht um das neue Album. Die Band setzt sich aus folgenden Members, also aus folgenden Musikern zusammen. Es ist eine Drei-Mann-Truppe. Ja, Denko Jones nennt sich der Sänger der Band und spielt auch Gitarre. Am Bass haben wir John Calabrese und wir haben Rich Knox am Schlagzeug, das alles. Das ist die Dreier-Kombo, die wir hier am Start haben. Es gab noch in der Vergangenheit frühere Band-Mitglieder am Schlagzeug. Der Schlagzeuger wurde wohl offenbar einige Male gewechselt, aber ja. Gut. Vielleicht noch kurz zu Denko Jones, was der denn sonst doch so am Start hat. Also der ist ja nicht nur mit Denko Jones unterwegs gewesen bisher. Er hat auch ganz gerne hier und da mal einen kleinen Gastauftritt gemacht. Es gibt vom Motorhead-Gitarrist Phil Campbell ein Solo-Album mit dem Namen Old Lions Still Roar. Da singt er wohl auch mit, ja. Es gibt zwei Alben eines Allstar-Projektes namens Hollywood Monsters. Keine Ahnung, was das für Musik ist, habe ich auch nicht in der Sammlung. Aber auch da ist Denko Jones an beiden Alben beteiligt. Es gibt eine sogenannte Supergroup, Super mit A, ja. Mit dem Album Hail Hail, an dem Denko Jones auch irgendwie involviert war. Und der Sänger der Band Helix, die ich ziemlich gut finde, obwohl ich leider nur ein einziges Album von denen habe, der nennt sich Vollmer, also das ist dem sein Nachname, der hat auch ein Solo-Projekt, wo Denko Jones irgendwie mitmacht, ja. Obwohl, ich weiß gar nicht, was der Sänger oder der Generist von Helix ist aus dem Kopf. Da bin ich jetzt, weil ich habe noch dieses eine Album. Aber ich weiß, dass der von Helix ist, einer von den Mitgliedern von Helix. So, so, ja. Aber er ist auch gerne mal so ein bisschen hier und da als Gast unterwegs. Gut, dann kommen wir jetzt aber hier zum eigentlichen, und zwar zu dem neuen Album. Erstmal optisch. Das ist das Cover-Motiv. Und ich habe leider nicht tief genug recherchiert, ja. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe es einfach vergessen. Ich wollte es eigentlich machen, aber ich habe es, ich drehe jetzt hier und ich habe, ja, ich wollte vorher nicht gucken, aber egal. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass der Künstler, der dieses Cover-Motiv entwickelt hat, gemacht hat, ja. Der selbe Artist ist, der auch zu Diamond Star Halos von Def Leppard das Cover-Motiv gemacht hat. Kann das sein? Das erinnert mich ganz stark von der Stilistik her. Das Cover-Motiv von Diamond Star Halos, oder? Also ich habe jetzt keine Ahnung, ob er das ist. Wenn ich da richtig liege, dann bin ich wohl ein Kunst-Kenner. Keine Ahnung. Also wir haben hier auf dem Motiv, ja, ein Auge. Also es gibt was zu sehen und es gibt was auf den Ohren, ja. Da ist dann die Glühbirne. Euch geht hier also ein Licht auf, ja. Das hier unten scheint eine Radio-Sendestation zu sein. Keine Ahnung. Ja, warum jetzt hier Atomkerne oder was sind das hier, sind, keine Ahnung. Aber wir haben hier schön links und rechts noch zwei Elektro-Aale, hier Zitter-Aale, ne. Electric Sounds, ja. Ist schön gemacht, hat was das Motiv, ne. Ich mag auch das Logo, auch von der Farbgebung her. Hat ein kleines bisschen was von so cartoonigen, ne, so irgendwie die Richtung. Auch die Schrift unten von Electric Sounds ist gut gewählt. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Wo ich nicht dabei bin, das ist dieser goldene Streifen hier, ja. Dass es jetzt eine klare Hülle ist. Da ist natürlich irgendein Motiv unter der CD. Ich habe es mir jetzt gar nicht gemerkt. Gucken wir gleich mal. Aber das sähe, glaube ich, geiler aus, wenn das hier schwarz wäre. Also wenn es eine ganz normale CD-Hülle wäre. Ja, ich weiß es nicht, aber ja gut. Hinten drauf haben wir nochmal das Auge mit dem Blitz, nicht. Und hier das Logo und den Titel. Und unten haben wir so relativ, ja, das, ja, ist das klassisch? Ja doch, eigentlich schon, wenn ich so an einige ältere Kistscheiben oder so zurückdenke. Das ist aber alles gut lesbar. Ich hatte hier keine Probleme beim Lesen. Wirklich nicht. Ähm, das Labelprint ist ein bisschen arg minimalistisch. Aber, wenn ihr mal eine letzte Review gesehen habt, hier vor dieser hier, ja. Ähm, Brefort war es, glaube ich, ja. Äh, habt ihr vielleicht gehört, dass ich gesagt habe, es gibt kaum noch Bands, die das hier tun. Nämlich die Songtitel auf die CD schreiben, ne. Das finde ich geil. Dafür auf jeden Fall schon mal einen Pluspunkt. Ja, so, was für Bild sich denn jetzt hier auf der goldenen Fläche? Äh, vorsichtig. Ah ja. Äh, dieser Atomkern oder was das denn wohl sein soll. Der Nukleus oder was das da ist. Keine Ahnung, ja. So, dann kommen wir jetzt zum, ähm, Booklet. Und da haben wir auf der, neben, also neben Cover, haben wir auf der Rückseite nochmal die Olle, ne. Und hier, äh, nochmal so Nukleus-Dingsbums, ne. So. Und das Booklet selbst ist sehr, sehr schlicht gestaltet. Aber es ist tatsächlich gut lesbar gewesen, muss ich jetzt wirklich sagen, ja. Ich hatte jetzt hier keine großen Probleme, trotz allem. Obwohl es eigentlich eine relativ kleine Schrift ist. Aber ja, wenn ihr mal genau hinschaut, die Songs bestehen zu, oder die Lyrics der Songs bestehen zum Großteil aus... Aber ja, es ist halt sehr eingängige, äh, schlicht strukturierte Musik. Hier haben wir so ein bisschen Credits und Danksagungen ohne Ende. Ja, und was fällt uns auf? Kein Bandfoto. Ich hab das immer gerne, wenn ein aktuelles Bandfoto mit dabei ist. Tut mir leid. Ich finde, das gehört irgendwo mit zum Gesamtpaket. Meiner Meinung nach. Aber ja, okay. Gut. Dann kommen wir zur Quintessenz. Zum Kern des Ganzen. Zum Nukleus des Ganzen. Ja, zur Musik. Es geht los mit genau dem Song, den ich auch vorab schon im Radio gehört habe. Den mir auch gut gefiel. Und ich finde es immer so unglaublich niedlich, wenn meine Süße das dann mitsingt. Denn die erste Stroh... Also der Song heißt Guess Who's Back. Und ich verlinke euch heute noch ein Video. Dann könnt ihr euch das mal anhören, ja. Und das fängt halt an mit einem simplen Riff. Und dann hat eben Danko Jones rauhe, aber angenehme Stimme. Ja. Das Riff ist so bisschen abgestoppt. Dun, 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 dun. Guess who's back Dun, 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 dun. Mi Motherfucker. Und wenn sie dieses Me Motherfucker mit singen, dann ist das so unglaublich niedlich. Ich kann es nicht nachmachen richtig... Dann sitzt da mal eine kleine niedliche Frau auf Steuer und sagt Mi Motherfucker. Großartig. Einfach nur großartig. So. Ja, der Song bewegt sich in einem stampfenden Mid-Tempo-Beat. Der Song hat auch eine gute Refrain-Hook. Die Hook liegt aber hier auf Damn, it feels so good. Damn, it feels so nice. Also im Refrain selbst gibt es kein Guess who's back. Das ist nur Part der ersten Strophe. Also ein kein, ein Nicht-Titel-Refrain. Ohne Titelnennung. So. Ja. Es gibt noch mehrstimmige Parts und zwar so Kiss My Ass shoutet die Band so im mehrstimmigen Bereich. Kommt gut. Macht Spaß zu hören. Ja. Bleibt alles auch gut im Ohr und es gibt so ein kleines, ja, Gitar-Fill anstelle eines Solos würde ich. Ich würde es jetzt nicht als wirkliche Solo bezeichnen. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass ich eher Metalhead bin und da gibt es halt natürlich mehr, ähm, die Leute haben da vielleicht ein bisschen mehr technisch auf dem Kasten natürlich, aber ja. Nichtsdestotrotz werden hier auch noch gute Solos auf dem Album kommen. Keine Frage. Ja. So, der nächste Song ist dann, für mich persönlich war das, ähm, auf Anhieb, auf Anhieb. Ich weiß nicht, wie das Album noch an mir wächst. Aber das nächste Stück war für mich der beste Song des Albums bisher. Spontan gesagt, muss ich jetzt dazu sagen. Ich habe es jetzt einmal gehört. Ja, das Album. Ich mache das immer ganz gerne. Am liebsten mache ich eigentlich wirklich, ehrlich gesagt, spontan Reviews, um ganz spontan den Eindruck des Albums einzufangen, den er spontan auf mich hatte. Ja, ich finde es unsinnig zu sagen, ja, ein Album muss erst richtig reifen, du musst es mindestens acht Jahre lang immer wieder gehört haben und dann erschließt es sich dir dann erst. Nur dann ist es ein hochwertiges und gutes Album. Ja, das sind dann diese, diese Dream Theater Schwurbler, ne? Diese, diese Mathematik Mettler oder was es da auch immer ist. Ich finde es, aber, finde ich komplett daneben. Ich finde, ein gutes Album zündet sofort. Und das hier hat gezündet. Und vor allem der Song Good Time. Auch da verlinke ich euch ein Video unten. Da könnt ihr euch das auch anhören. Ist ein bisschen flotteres mit Tempo. Hat so gezupfte Riffs in den Strophen und wirklich einen coolen Refrain, der wirklich gut im Ohr hängen bleibt, den du schon mal am zweiten Mal mitsingst, einfach. Es gibt eine geile Strophenbridge im Song und der Refrain des Songs hat eine passende Evolution, denn erst wird noch gesungen so ein I came here to fuck shit up and have a good time, ja? Und später wird das zu We came here to fuck shit up to have a good time. Und das ist dann aber auch mehrstimmig. Also der erste, der ist relativ alleine in der Refrain, aber er ist so geil, die Hook, dass du trotzdem mitsingst. Es lehrt trotzdem dazu ein, mitzusingen. Und im hinteren Teil kommt dann der Restabend dazu und aus I wird dann We. Klasse, das finde ich geil. Ich mag sowas. So kleine Mini-Details einfach, ja? Klar, macht ja auch mehr Sinn, wenn die jetzt nicht alle I singen, sondern We, weil es ja mehrere, klar, logisch. Ist logisch, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich mochte das irgendwie. Ist mir halt aufgefallen. Ist ein schöner, mehrstimmiger Mitgröler einfach, ja? So. Dann kommt der nächste Song, das ist der Titeltrack Electric Sounds. Fängt mit einem etwas verspielteren Riff an. Ist eine treibend rockige Nummer, hat simpel gehaltene Strophen und auch der Refrain selbst ist, ja, simpel gehalten und kommt aber eben dadurch eben schön eingängig. Es ist halt wirklich Musik zum Mitmachen, wo du jetzt nicht viel kompliziert denken oder dich darauf einlassen musst, sondern es ist richtig gechillte Rockmucke einfach, ja? Macht wirklich Spaß. Es gibt ein fetziges Solo, hier ist es das erste Mal auch im Solo am Start, das mir wirklich auch aufgefallen ist, als solches, ja? Es gibt eine Strophenbridge vor dem letzten Refrain noch und dann ist das Ding auch schon wieder zu Ende. Ja, schöner, simpler Titeltrack, der Spaß macht. Genauso der nächste Song, wo ich euch wieder ein Video verlinken kann. Die Nummer heißt dann Get High, Fragezeichen. Fängt mit einem Feel-Good-Riff im Mid-Tempo-Bereich an. Richtig eine geile Feel-Good-Atmosphäre wird hier verbreitet. Es gibt melodische Strophen und einen wirklich schönen Refrain. Simpel, aber gut gehalten und es hat wirklich so dieses in der Sonne Autofahren-Feeling, ja? Fenster runterkurbeln, Arm raushängen lassen und dann richtig schöne, gute Laune-Rockmusik dazu hören. Der Song macht gute Laune, kann ich nicht anders sagen. Es ist richtig uplifting und das Gleiche trifft auch zu für die sehr gelungene Solo-Einlage, die sich da richtig gut einbindet in das Gesamt-Feeling des Songs, das Gefühl, ja? Sehr gut. Dann kommt Stiff Competition. Stampfender Mid-Tempo-Titel mit so wieder abgestoppten Riffs in den Strophen. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Es passt, ich weiß nicht, ob das so ein Signature-Move der Band ist, ich denke schon, ja? Und es gibt einen simplen Refrain, der aber wieder gut passt und auch ebenfalls ein passendes Solo haben wir mit dabei. Ja, Stiff Competition ist ein knackiger Stampfer, würde ich kurz sagen, ja? Der nächste Titel ist dann She's My Baby. Der steigt direkt vollgasrockig rein. Die Titelnennung, also hier She's My Baby, findet immer in den Strophen statt. Also in den Strophen singt er immer wieder mal She's My Baby. Nicht im Hauptrefrain. Es gibt dann noch eine Bridge mit einem Strophen-Part zu so ein bisschen, also er pfeift da so ein bisschen, aber jetzt kein Möbel die, sondern so, hier komm rüber, so nach dem Motto, ja? Und das führt dann über zum Gitarren-Solo. Es ist ein schneller, punkiger Rocker, würde ich in dem Fall jetzt hier sagen. She's My Baby. Okay? So. Die nächste Nummer ist dann I for an I. Wieder, steigt wieder schnell rockig ein. Und ich muss sagen, hier bei I for an I ist mir etwas ganz stark aufgefallen, da muss ich meine Freundin noch nachfragen, ob die das bestätigt und approved, weil sie ist großer Fan von der Band, an die mich die Nummer hier sehr stark erinnert hat. Mit anderem Gesang wäre I for an I eine Wallbeat-Nummer. Jetzt bin ich gespannt auf die Denko-Jones-Fans, die mir vielleicht zuschauen. Was sagt ihr dazu? Ich musste den ganzen Song über immer wieder an Denko, an hier Wallbeat denken und hätte Denko-Jones das nicht gesungen, wäre mir das auch wirklich nie aufgefallen. Also wenn das der, ich weiß nicht, wie der heißt, ich komme jetzt gerade nicht, Paulsen, wie heißt der denn nochmal? Egal. Der Sänger von Wallbeat, egal. Wenn der das gesungen hätte, würde ich keinen Unterschied machen, glaube ich. Auch vom Sound der Gitarren her ist das sehr ähnlich. Ein bisschen moderner halt, als die anderen Songs jetzt von Denko-Jones selbst. Ein bisschen weg von diesem klassischen Hardrock, den ich ja nun aber eher bevorzuge. Ich habe kein Problem mit Wallbeat, mittlerweile. Ich habe eine Zeit lang gebraucht, um mit der Band warm zu werden, wirklich. Aber dadurch, dass wir es oft im Auto gehört haben, und dass ich dann auch Songs gehört habe, die du heute im Radio nicht hörst. Komischerweise laufen im Radio die weniger guten Songs, meiner Ansicht nach. Aber ja, das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Aber ja, gut. So. Dann kommt I Like It. I Like It hat einen coolen Mit-Tempo-Stampf-Groove, der mir gut gefallen hat. Wieder diese typischen, ich finde es geil, diese abgestockten Riffs. Der Refrain ist ganz okay, hätte ihm jetzt für mich noch ein bisschen mehr mitreißend sein dürfen, ist aber okay. Kann noch wachsen an mir, weiß ich noch nicht. Und hier haben wir genau wie im Opener eher so ein Solo-Snippet-Fill, statt ein richtiges, klassisches Gitarren-Solo. Und eine Bridge ist auch dabei, also es passiert schon was, aber ja, der ganz große instrumentale Wurf ist das jetzt hier nicht. Die nächste Nummer ist dann Let's Make Out. Steigt mit einem melodischen Rock-Riff erstmal ein. Wieder ein bisschen mehr diese Feel-Good-Vibes, die wir ja auch bei, wie hieß er jetzt noch? Ach, jetzt muss ich hochsrollen, Get High am Start war, so ein bisschen die Richtung. Passender Refrain, soweit auch wieder und es gibt ein melodisches Solo mit so ein bisschen Gitarren-Leads mit dazu. Alles okay. Dann kommt die nächste Nummer, What Goes Around, ist der vorletzte Titel des Albums. Steigt erstmal mit ganz kurz pressenden Drums ein und ist dann auch wieder eine rockige, punkige, schnelle Nummer, würde ich in dem Fall sagen. Hat einen simplen Refrain, es gibt noch einen Prä-Refrain, vor dem Hauptrefrain, der ist ein bisschen strofenlastiger ausgefallen. Ich dachte erst, oh, das ist der Refrain, wieder eine ohne Titel-Lennung, dann kommt aber doch noch dieses What Goes Around. Danach dann halt. Also der Aufbau ist eigentlich ganz gut und es gibt ein relativ kurzes, frickeliges Gitarren-Solo. Nicht im negativen Sinne frickelig, aber so vom Sound-Hipfel-Spielweise her so ein gefrickeltes Solo, keine Ahnung, wie ich das sonst beschreiben soll. So, und der Rauschmeister ist dann Shake Your City, hier wird nochmal richtig draufgehauen. Es ist wieder eine eher rockig-treibende Nummer. Insgesamt, finde ich, ist das ein eher aggressiverer Song. Vielleicht ist das auch, ich muss das Abend noch ein paar Mal hören, vielleicht würde ich sogar so weit gehen, das zu sagen, dass das der aggressivste Song dieses Albums ist, obwohl es vielleicht nicht gerade der schnellste ist oder einer der schnellsten, keine Ahnung. Hat einen simplen Refrain, der hinten raus aber besser wird, weil er hinten raus ein bisschen mehrstimmiger umgesetzt wird. Es gibt ein kurzes Gitarren-Solo, am Ende kommen auch noch mehrstimmige Hey-Hey-Shouts dazu, das finde ich auch wieder ganz geil. Und der End-Refrain, der ist dann wirklich fett und mehrstimmig umgesetzt. Das wertete das dann bisschen auf und führt das Album dann tatsächlich zu einem kleinen Höhepunkt-Abschluss, möchte ich fast sagen, wobei für mich persönlich der Höhepunkt der Song Good Times war. Aber das ist auch wieder alles Geschmackssache. Und ich weiß auch noch nicht, wie das Album vielleicht im Laufe der Zeit noch einmal wachsen wird. So, das war jetzt meine Meinung zu Danko Jones Electric Sounds. Ich werde auf jeden Fall dabei bleiben. Also ich bin jetzt hier nicht enttäuscht, dass jetzt irgendwelche neuen experimentellen Wege gegangen wurden. Die Sachen, die ich bisher kenne, decken sich sehr gut mit dem hier. Ich glaube, die Fans werden hier gut bedient. Würde ich jetzt einfach mal als nicht ganz ganz alles von der Band Kennenberg sagen. Bin gespannt, was dann vielleicht die Leute in die Kommentare schreiben, die die Danko Jones schon länger hören, dass sie vielleicht sagen, oh, angepasster kommerzieller Dreck, das gibt es ja immer wieder mal. Also mir hat das Album Spaß gemacht. Ich kann mich nicht beklagen. Aber am Ende doch noch ein Kritikpunkt. Das betrifft aber nicht nur dieses Album, sondern Denko Jones selbst. Das Album geht, lasst mich kurz noch mal nachgucken. Da muss ich nochmal, oh, ich habe es ja vom Desktop schon wieder runtergenommen, ich Idiot. Das Album geht insgesamt, hat das Album eine Laufzeit von 36, ja, 37, Minuten, knapp 37 Minuten. Länger hätte es auch nicht sein sollen. Ja, ich bin der Meinung, so bei einer, ich sage mal, bei 45 bis 60 Minuten Danko Jones am Stück kann es sein, dass sich das anfängt abzunutzen. Weil sich die Songs dann doch relativ ähneln von der Stilistik her. Mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen stampfender mit Tempo, aber so im Grundkontext ist es immer relativ ähnlich. Auch seine Gesangsart und Stilistik ist geil, rau, macht Spaß zu hören. Besondere Leistungen, Höhen- oder Tiefenbereich gab es aber nicht. Hier war ein Song dabei, scheiße, ich weiß nicht mehr, welcher das war, das habe ich vergessen, mir zu notieren. Ein Song ist dabei, da schreit er richtig aggressiv, es geht fast in den Metal-Core-Bereich, ist aber so im Hintergrund gehalten und am Ausrasten am Ende, dass ich das jetzt nicht wirklich sagen würde, dass es jetzt ein Fremdelement ist. Das ist einfach so, ich raste jetzt mal aus. So nach dem Motto. Also es war jetzt nicht fremdkörpermäßig störend wie bei einigen Heavy-Metal-Bands, die sich dann plötzlich da irgendwie so einen Death-Metal-Typen einladen oder so. Das ist jetzt, so war es jetzt wirklich nicht. Was fiel mir halt auf, dass er da halt auch mal ein bisschen die Nuance hebt und in Richtung Aggression ein bisschen was rauslässt. Hätte er aber nicht machen müssen, meiner Ansicht nach. Passt jetzt nicht wirklich. Aber ja, ich weiß nicht, ich kenne wie gesagt nicht die gesamte Diskografie von Danco Jones. Wie das wohl wäre, wenn er mal sich an einer richtigen Ballade versucht oder an einem richtigen Blues? Keine Ahnung. Gibt es da Gesangsleistungen zu hören? Das weiß ich aus dem Kopf jetzt gerade nicht. Und die drei Alben, die ich mittlerweile da habe, habe ich auch lange noch nicht durchgehört, weil ich habe mich jetzt erst mal mit dem Ding hier beschäftigt, aber die anderen hier und da mal einen Song mal einfach laufen lassen oder einfach mal random in meine Radiosendung eingebaut. Auf diese Weise höre ich dann immer so ein bisschen in die Alben rein. So ein kleiner Trick, den ich dann immer ganz gerne anwende. Aber naja, gut. So. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, falls ihr eine Meinung zu dem neuen Album von Danco Jones habt. Ja, ich freue mich dann immer. Und ja, wir können uns vielleicht ein bisschen austauschen oder ihr sagt einfach eure Meinung und gut, ist ja auch in Ordnung. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß, was noch mehr als nächstes schaut. Und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer Farewell.